Einen angenehmen Aufenthalt in den heimischen Gastronomiebetrieben wünschen Ihnen die Kärntner Wirte. Grüß Gott bei uns im Wirtser-Sommerdum in Unteraichwald bei Latschach. Ich bin der Markus Eisner, ist meine Partnerin Melanie, unser Sohn Moritz und jetzt schauen wir mal, wie es bei uns ausschaut. Meine Partnerin Melanie und ich waren ja sehr viel auf Saison im In- und Ausland und vor eineinhalb Jahren haben wir unser Wirtser-Sommerdum zwischen dem Eichhötsee und dem Farkassee aufgesperrt. Musik Da ist eine gute Küche und vor allen Dingen das Ambiente, da herinnen schön ruhig, da kann man mit Freunden herkommen, da kann man sich gemütlich hinsetzen, gut essen und sich sehr gut unterhalten. Wir sind ein einfaches Wirtser mit ein bisschen Qualität und Stil. Wir kochen österreichische Küche, haben viel österreichischen Wein, ausschließlich österreichischen Wein. Es gibt eine kleine Tageskarte mit verschiedenen Gerichten. Wir kochen sehr regional, sehr saisonal. Musik Unsere anonyme Gastro-Kritikerin hat diesen Betrieb unter die Lupe genommen und hier ist ihre Bewertung. In der Kategorie Küche gibt es fünf von fünf Kochtöpfen. Musik In der Kategorie Service erreicht das Lokal vier von fünf Punkten. Und in der Kategorie Ambiente werden drei von fünf Blumentöpfen vergeben. Das macht insgesamt zwölf von 15 möglichen Punkten. Die Testberichte zum Nachlesen finden Sie auf www.wogemerhin.info, auf Facebook oder in Ihrer Kronenzeitung. Haben auch Sie einen kulinarischen Tipp, der getestet werden soll? Dann mailen Sie uns an genusscheck.at www.wkk.or.at Musik 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 Musik